ein 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 Ja, das war so ein Stamm, aber ich hab auch nicht so recht, ey. Weißt du, was mein Vater jetzt zum Felgenreinigen nimmt? Backrofenreiniger. Hast du sie noch alle? Ich bin zwar aggressiv. Ja, hab ich ihm auch gesagt. Ja. Er meinte, er hätte im Fernsehen gesehen, das könnte man auch machen. Ja, genau. Ist das für 1,50 bei die Backrofenreiniger gekauft? Die Autoprofis. Die Autoprofis. Die Autoprofis. Die Autoprofis. Ja, ich hab' den K – Die Autoprofis. Ja. Ha, 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 ha.